Hallo zusammen, ich möchte euch kurz zeigen, was ich in meinem Darnidori für mein Dezember-Daily bis jetzt gemacht habe. Das Darnidori habe ich mit Papier bekleben müssen, weil mein Kaffee drüber gekleckert ist. Für meine erste Seite habe ich einfach nur das Papier genommen und so ein bisschen Deko drauf. Und für meine einzelnen Seiten habe ich immer ein Stück von dem Designpapier auf 4x8 geschnitten, also 4 Inch x 8 Inch. Und habe es dann gestaltet, bevor ich es eingeklebt habe. Aus diesen 12x12 Bögen kann man entweder je nach Motiv drei solcher Seiten rausschneiden oder aber zum Beispiel bei dem Papier mit den Sternen kann man auch 4 rausschneiden. Und dann hat man nur ein kleines Stückchen Rest und den Rest habe ich immer benutzt, um die Fotos noch mit zu hinterlegen oder auch so kleine Quadrate wie eben auf diesem Wasserfallelement damit zu bekleben. Ja, ich habe versucht, das ziemlich einfach zu halten, weil ich überhaupt gar keine Zeit habe gefühlt, dieses Jahr da drin was zu machen. Und ja, habe versucht, wie hier zum Beispiel viele Fotos aufzukleben und dann so ein bisschen was von den schönen Embellishments noch drauf zu packen. Ich bin da jetzt bis, glaube ich, Tag 13 schon mal gekommen und nehme euch jetzt nochmal kurz mit beim Gestalten der nächsten Seite. Ja, jetzt zeige ich nochmal kurz meine Sachen. Die Embellishments habe ich auf so zwei Plastikcontainer aufgeteilt. Einmal sind das nämlich die Embellishments, die mit der Kollektion kamen und einmal habe ich eine 12x12 Seite mit den ganzen Tags und so auseinander geschnitten und auch die Sachen in eine Dose gepackt und dazu noch so ein paar Embellishments wie Paperclips und so Chipboard und Woodveneer und solche Sachen. Ja, für meinen Tag, ich meine es ist 14, ja für Tag 14 wollte ich erst das so machen wie für alle anderen Seiten auch und zwar diese zurechtgeschnittenen Designpapiere benutzen. Aber ich entscheide mich gleich um und ich benutze dafür das Element, das wie so eine Karte aufgebaut ist. Und zwar habe ich das Dani Dori ja geschenkt bekommen bzw. gewonnen bei Melanie auf dem Instagram Account und sie hat mir auch diese Elemente, die sie in ihren Dani Doris verwendet, mit dazu geschenkt. Also sie hatte mir drei oder vier Stück davon vorbereitet. Und das ist eins davon, genauso wie dieses Wasserfallelement, was ich schon vorher benutzt habe. Und ja, dieses Kartenelement, nenne ich es jetzt mal, werde ich jetzt für meinen Tag 14 benutzen. Ich werde noch ein bisschen die Fotos zurechtschneiden und noch welche ausdrucken, was jetzt hier in dem Video noch gar nicht drin ist. Und die Seite noch ein bisschen mit Designpapier gestalten. Ja, ich habe zuerst überlegt, ob ich alle quadratischen Flächen erstmal mit dem Papier beklebe. Ich werde mich aber dafür entscheiden, nur dort, wo die Fotos sind, Designpapier zu verwenden und auch mal eine Fläche freizulassen. Diese schmalen Streifen lasse ich zum Teil frei und zum Teil werde ich da ein paar Sticker aufkleben. Musik 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 Ja, hier seht ihr den vorläufigen Stand dieser Seite. Ich habe eben oben die Fotos aufgeklebt auf das Designpapier. In der zweiten Reihe auch nur ein Foto und daneben nur Designpapier. Und unten an den Seiten eben die beiden rechteckigen Teile, auch mit Papier und links und rechts in der Mitte das Embellishment. Musik Ja, die Seite wird so eingeklebt, dass sie auf beiden Seiten an den Rändern glatt abschließt und dadurch klappt sie eben mit auf, wenn man zu der Seite hin blättert sozusagen. Und es gibt einen ganz netten Effekt, einfach ein bisschen Abwechslung zu den ja relativ flachen anderen Seiten. Ja, ich zeige euch gleich nochmal ein Foto von der jetzt fertigen Seite, wie es dann auch aufgeklappt aussieht. Das Dani Dori ist schon ganz schön vollgepackt und ich wurde auch schon vorgewarnt, dass das eventuell reißt oder die Klammern aufgehen. Ich hoffe dadurch, dass ich die Designpapiere so schmal geschnitten habe, also dass sie nicht bis zur Mitte rangehen, dass ich das dadurch verhindere. Ich werde wahrscheinlich eh auch zwei benutzen müssen, weil der ganze Dezember nicht in eins reinpassen wird und von daher, wie ihr seht, ich bin bei Tag 14 genau in der Mitte. Das wird wahrscheinlich eh nicht dann reichen, aber mal schauen. Ich hoffe, ich kann ja am Wochenende jetzt noch ein bisschen aufholen wieder, weil dann fahre ich in Urlaub und werde dann auf jeden Fall im neuen Jahr alles fertigstellen. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis bald. bis bald! pin alter Sitzschuler hast du remote? Bis bald!